indiana jones and the fate of atlantis folge 35 willkommen zurück ja meine freunde wir sind schon ein stück weiter gekommen hier also ich weiß zumindest wie die konstellation ungefähr zu sein hat natürlich so wie auf dem bild was wir in der letzten folge gesehen haben nur weiß ich nicht was das soll arm hoch arm runter ist ja alles gut und recht aber irgendwie ja weiß ich nicht es tut sich nichts also man hat nicht das gefühl dass die arme bewegt oder irgendwie sowas ist auch heiß nur quietsch oder weiß es nicht ich werde das auf jeden fall noch mal schnell laden denn ich habe jetzt keine eure kalkumpel mehr ja okay ja laden wir schnell und jetzt probiere ich noch ein bisschen ansonsten gehe ich noch mal zurück zu dem bild wie viele perlen habe ich eigentlich noch was auch keine zurück zu dem bild und wir haben es auch nicht so richtig jetzt weil ich weiß nicht also komm nicht weiter ich kann es nicht so richtig da sagt er glaube ich soweit kann er gar nicht oder ist schon weit genug ich weiß auch gar nicht was das mit den armen soll ich kann es nicht mehr in sich in die andere richtung mal der arm sieht immer gleich aus in der auch die kette bewegt sich nicht wisst ihr wie ich meine das tut sich ja nichts wenn ich jetzt in die andere richtung machen also das sind auch so sachen die mich ein bisschen nervt du weißt doch was ich will wenn ich jetzt in die richtung mal hat das ändert sich auch nichts und ich habe da keine perlen mehr oder doch doch hab noch mehr okay jetzt haben wir unten beides mal probiert richtig was ist denn wenn ich jetzt zwei sind wir wie es vorhin gemacht was ist wenn ich so mache ich war auch davon unten oder versuche mal oben klick ist schon mal nicht schlecht bitte da habe ich jetzt noch perlen oder eine habe noch klick ist schon mal nicht schlecht klick und jetzt oben noch mal auf der anderen seite oben oder aber dann bin ich aber wirklich ausverkauft mit perlen habe ich dann nicht doch noch welche machen muss wo ich da weiß ich ja wie es geht dann kann ich ja noch mal laden klick schon mal nicht schlecht und jetzt klick und quietsch alles klar super und jetzt freunde ganz ehrlich klick und quietsch alles klar oder ohne hinweis im englis war wie man wie man es aufbaut aber klick und quietsch klick und quietsch ok muss ich da so genau draufklicken oder was ich kann es nicht aufbaut aber ich habe schon etwas behalten jetzt muss ja wieder klick kommen oder so klick ist schon mal eine sache was auch immer das heißt klick so die frage ist jetzt halt war das mit dem quietschen auch richtig muss ich das auch noch mal machen oder muss ich das ist echt also wow ehrlich klicken und quietschen oder was das sind schon zwei richtige dinge oder ich sehe es jetzt sein fünf jahre noch dran wenn es so weitergeht was ist hiermit das klick war doch bestimmt schon mal nicht schlecht glaube ich jetzt hat es noch mal gequietscht ja wow jetzt da unten noch mal oder was dann bin ich einmal rum oder wie muss ich einmal im uhrzeigersinn rum gehen oder wie oder was ja ok und jetzt habe ich keine perlen mehr oder was ja alles klar also jetzt gebe ich es nur auf freunde also wirklich jetzt weiß ich langsam nicht mal was ich machen soll ich meine zweimal geklickt zweimal gequietscht das tut sich nichts wie viele perlen habe ich in fünf oder oder wie viel oder oder jetzt weiß ich es nicht mehr zeige ich hier da irgendwas gemacht und 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 jetzt gebe ich es dann bald auf ich weiß nicht mehr wie viele perlen ich habe ich glaube fünf oder wie viel oder vor allen dingen ich habe schon das gefühl dass man dass man einmal im uhrzeigersinn rum muss und unten anfangen oder was weiß ich glaube ich jedenfalls und dann möchte ich wissen ob ich noch eine perle habe vielleicht muss man auch mehrmals im uhrzeigersinn rum immer wieder rum 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 wisst ihr mich meine es kann nicht mehr in dieser direktion achso das war schon falsch okay entschuldigung aber ich glaube ich werde einmal nicht drum rum kommen nochmal perlen zu holen nachdem ich da einmal klicken und einmal quietschen weiß ich was alles gemacht habe glaube ich jedenfalls dann muss ich halt nochmal perlen basteln zum glück habe ich lava dabei aber also das ist schon ein grind das kann ich euch sagen und dann stellt das sich noch an wenn ich wenn ich ein millimeter daneben klicke ich glaube jetzt muss ich da oben anfangen ah jetzt habe ich erst gesehen jetzt ist der arm nach unten jetzt habe ich erst gesehen der arm ist nach unten jetzt muss ich kurz die türe wieder zumachen der karte hat sie irgendwie aufgedrückt sonst werdet ihr in den kühlschrank jetzt habe ich es gesehen der arm ist nach unten das habe ich gar nicht bemerkt kann ich jetzt die kette vielleicht einhängen oder so jetzt habe ich erst gesehen optisch dass der arm nach unten geht habe ich gar nicht gemerkt benutze kette mit ah ok jetzt sind wir jetzt kommen wir der sache näher ok der arm ging nach unten muss ich jetzt den arm wieder hoch machen man das ist ja ich bin doch kein ingenieur ähm arm wieder hoch machen oder was und dann geht die tür auf oder was oder einfach nur jetzt drehen lassen also arm aber wir kommen näher auf jeden fall aber es tut mir leid leute ich stehe die ganzen folgen hier vor der statue aber es ist echt nicht einfach ok jetzt hat es klick gemacht ok mal überlegen ähm da unten macht es glaube ich auch nochmal klick oder soll man denn wieder hochholen den arm ist das richtig oder nicht weiß es nicht es war schon falsch naja eine chance haben wir glaube ich noch probieren wir mal die seite weil es mit dem arm wissen wir jetzt schon mal ok hä ähm verwirrend war das jetzt das wo ich den arm brauche ich es doch nochmal so ich kriege das schon noch hin alles klar meine fresse die Krabbe hat es auch erschlagen na endlich was ist das Gelenkstange brauche ich jetzt eigentlich nochmal Perlen weil ich habe leider Gottes irgendwie jetzt alle verblasen das ist das Problem irgendwie soll ich das komm wir machen das anders Freunde nicht wundern jetzt wir machen das anders ich mache das jetzt so dass ich die Perlen spare jetzt nicht erschrecken aber ich mache das jetzt anders ich möchte ein bisschen Perlen sparen nicht wundern ich muss mal bei euch mal drauf kommen dass ich den Arm so reißen muss oder wie man es einmal ach ne Moment das war jetzt die falsche ich muss da oben ach Gott ich muss da oben machen also oben oben dann wieder unten ich bin schon ganz man erst oben dann unten genau erst oben dann unten quasi den Arm hoch den Arm runter muss mal bei euch mal drauf kommen ich kann es da kannst du wohl Quatsch nicht so oben jetzt geht der Arm runter ich kann einhängen genau weil ich möchte ein bisschen Perlen sparen so dann nehme ich jetzt die Kette muss mal bei euch mal drauf kommen so jetzt weiter ran an das Ding und jetzt wird der Arm nach oben und dann fällt die Tür raus okay dann habe ich auch ein bisschen Perlen gespart genau so habe ich es jetzt gemeint weil jetzt habe ich noch ein paar Perlen übrig jetzt habe ich noch zwei Perlen ich will ja nicht ähm dass ich das nochmal bauen muss okay da ist eine Gelenkstange ach so ein Scharnier oder was ja dann nimm es halt mit vielleicht brauche ich das noch wo ich mich gerade gefragt habe bevor ich jetzt zur offenen Tür gehe kann das vielleicht sein dass ich mit der Gelenkstange jetzt wiederum Sophia helfen könnte weil ich will jetzt ungern da durchgehen ohne sie versteht ihr was ich meine jetzt gehe ich doch nochmal zurück zu ihr das Bedürfnis habe ich jetzt irgendwie bevor ich da durchlaufe nicht böse sein weil ich glaube da könnte ich ihr mit helfen ähm wo ging es jetzt zu Sophia die Richtung weil ich glaube mit der Gelenkstange kann ich hebeln oder sie kann hebeln oder ich will es jetzt nicht allein lassen sobald ich ihr helfen kann ne Moment das ist jetzt wieder falsch glaube ich sobald ich ihr helfen kann will ich das auch tun ich sag ja ich habe keinen Orientierungssinn das ist schlimm 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 schlamm schlumm schlimm schlamm schlumpf aber das ist jetzt auch die falsche Stelle jetzt bin ich gerade am überlegen geht es da nochmal zu ihr schnell auf die andere Seite rüber ich will nur den kürzesten Weg fahren jetzt müsst ihr entschuldigen dass ich jetzt die ganze Zeit geladen habe wegen den Perlen aber stellt euch mal vor ich hätte jedes Mal wenn ich mich verdriet hätte neue Perlen bauen müssen da werde ich ja da werde ich ja kürre jetzt war ich einfach kurz hier durch ich weiß nicht mehr was der kürzeste Weg ist ist ja auch egal naja da werde ich ja kürre geworden wenn ich jedes Mal an den Wachen vorbei und erstmal Lava holen und dann an die Maschine und außerdem habe ich bei der Maschine das Zahnrad schon raus und nö so jetzt sind wir da nö also wirklich nicht aber nochmal danke an Sabrina für die Hilfe und den Finger zeig ich glaube jetzt können wir Sophia helfen ähm da ist das Gefängnis muss mich da jetzt wieder rein fuchsen so vielleicht geht das das sieht ja dann schon aus wie eine Brechstange oder eine Stange mit der man hebeln kann wird es ja wohl hinkriegen Versuch ist es wert gib Stange an Sophia was soll ich mit diesem tun tun vielleicht wird wir etwas denken es wird uns wird was einfallen hä naja also genommen hat sie es und jetzt öffne ich und sie geht raus oder was was macht dich das ist sicherer jetzt kann ich jetzt nicht sagen nimm die die Stange oder so bewege dich und finde es heraus ich kann halt leider auch nicht sagen nimm die Stange ja das habe ich alle schon gesagt nämlich sage ich halt stein vielleicht kommt sie selber auf die Stange nee aber eine Stange ich probiere es trotzdem nochmal vielleicht muss ich eine andere Gesprächsoption sagen oder ich brauche halt nochmal irgendwas weil du eine Stange in der Hand hast ich habe einen Plan welches ist klemm den Stab unter die Tür brem den Stab unter die Tür du weißt das könnte einfach funktionieren dann kommen du weißt ich werde dich schlafen bitte komm mal Sophia nicht schlafen schlafen du lasst mich in diesem hellhau wenn du das so fühlst vielleicht sollte du hier bleiben vielleicht werde ich großartig wie in Wirklichkeit was was war das ich bin nicht sicher ich glaube nur Absalm hat mich zu tun hm ist das so ja 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 wir sind besser besser gehen was heißt das Gänsehaut ist ja noch Knutscherei hier kann ich nochmal mit ihr als irgendwas babbeln hör was ich bin 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 eine Idee wo wir sind so eine Art Dungeon ich glaube strange ich habe immer gedacht Atlantische waren zu advanced Dungeons hm wir haben ja noch die Tür durch die ich noch nicht gegangen bin was machen wir jetzt wir gehen wir gehen von hier irgendwo außerhalb der Wasserweg Nirab Sal ist mein Name alles klar ich frage wo die resten der Nazis sind das stimmt soll ich das mit der Hand halten noch sagen Sophia was du kannst meine Hand halten, wenn du Angst hast ich wünsche dir Glück Jones wir gehen weiter ok ich kann es nicht es wird zu tief ach so ok dann wird es hoffentlich nicht wichtig sein ich dachte man braucht es vielleicht nochmal ja die Tür interessiert mich also da bin ich jetzt schon ein bisschen curious was hinter der Tür ist bin immer mal gespannt wie dieses Flo es finden wird ja jetzt möchte ich schon wissen was da ist hinter der Tür warum ist denn jetzt die Musik aus ähm ja schauen wir mal sie schippert halt mit oder drollig drollig ja durch die Tür gehen würde ich halt einfach sagen oder was meint ihr durch die Tür durch die Tür es ist jetzt wieder der lange Weg oder was ach man es ist nicht zu fassen ich mach das nicht absichtlich ich mach das nicht absichtlich ja vielleicht ist es ganz gut wenn wir die Orte abfahren vielleicht kann sie ja dann irgendwie mal einen Spruch loslassen oder so wir sind ja auch schon da wir sind ja auch schon da so sollen wir mal speichern zwischendurch speichern wir mal wenn ich das jetzt irgendwie noch keine Ahnung man weiß es ja nicht ich wollte eigentlich nicht hoffs los ich wollte eigentlich zur Tür nein hallo jetzt zur Tür Menschenskind genau hat sie hier irgendwas zu sagen hör ja was für eure Gedanken kannst du es nicht hören Indy? ein altes König meines Namen ne ich hör gar nichts ich hör gar nichts hör schneller Indy bleib genau jetzt gehen wir einfach mal durch die Tür oder was meint ihr alles klar Indy Neurobsal ist hier ich fühle seine Presence mach langsam bitte sonst fällst du wieder irgendwo rein oder so fühlst du dich gut? wo genau ist er? würdest du jetzt endlich mit diesem Hokus-Pokus aufhören? fühlst du dir okay? nie besser ich fühle all-powerful what the fuck du wirst dich mit Körner herumbringeln dürfen du siehst irgendwie abwesend aus du siehst irgendwie abwesend aus du siehst irgendwie abwesend aus ich bin nicht abwesend ich bin näher zu Hause okay das scheint dir zu Hause ja sehr warte oh nicht weggehen ey Frauen es ist immer dasselbe die machen nie was ich will oh horrible warum muss ich dir eigentlich immer nachlatschen renn doch am besten in die Arme der bösen bösen Deutsche in hier Indy follow me langsam es ist nicht zu glauben also Freunde ich finde das passt ganz gut es ist ein guter Moment ein guter Cliffhanger wenn wir ihr die ganze Zeit nachsausen müssen und wer weiß was hinter dieser Türe ist und wenn ihr wissen wollt was hinter dieser Türe ist müsst ihr die nächste Folge anschauen und da sehen wir uns dann wieder und bis dahin tschüss